Der Modenherbst Der Modenherbst Die neue Beldam Kosmetik für einen harmonischen Modenherbst Stimmungsvoll, wunderschön und stark im Eindruck Beldam Grüezi miteinander Nach der Sommerpause darf ich Ihnen jetzt wieder jede Woche ein kalorienkontrolliertes Fitnessrezept vorstellen das die Coop, Ernährungsberaterin für Sie nach der Regeln einer gesunden Ernährung zusammengestellt hat Die Früchte-Dessert kommen mit wenig Zucker aus weil die Früchte selber schon süss sind Das gilt besonders auch für reife Bire Ich habe sie ungeschält, halbiert und in feine Scheiben geschnitten Für die Creme habe ich ein Eigel mit Zitronensaft und Magerquark verrührt und nehme zum süssen Honig weil der im Geschmack gut zu Quark passt Dann das geschlagene Eiweiss und gehackte Baumnüsse darunter ziehen und die Creme auf dem Teller anrichten Bire drauflegen und mit gehackten Baumnüsse garnieren Das Rezept für das Fitness-Menü steht in der Coop-Zeitung und heute und morgen im Teletext Einen guten Bis am nächsten Dienstag offeriert Ihnen Coop Bipsi-Cola im Haras an 12 Liter 5 Franken günstiger für nur 8 Franken 20 Und nur morgen, übermorgen und am Samstag gibt es bei Coop 200 Gramm Vorzugsbutter für nur 3 Franken 5 Palmahertöpfel in der Tragtasche an 2,5 Kilogramm für nur 2,10 und einen Butterzopf an 400 Gramm für nur 2,40 Auf Wiedersehen